Hey Leute, mein Name ist Chris und heute seht ihr mein Draw My Life Video, in dem ich euch, ja, mein Leben zeichnen werde. Ich hoffe, es gefällt euch. Mein richtiger Name ist Christian Reinhardt und nicht Tess, wie viele von euch denken. Das ist nur ein ausgedachtes Kürzel. Und ich wurde am 20.12.1993 geboren. Dabei war das sogar schon was Besonderes, denn als meine Eltern zusammengekommen sind, waren sie beide nicht mehr die Jüngsten. Und als meine Mutter schwanger wurde, war sie auch noch ein Stück älter. Um genau zu gehen, 35. Der damalige Arzt machte ihr keine großen Hoffnungen, dass sie mich bekommen wird. Zuerst wurde gesagt, dass es eine Fehlgeburt sein wird und nach einiger Zeit wurde dann vermutet, ich würde wahrscheinlich behindert auf die Welt kommen. Natürlich machte das meine Mutter sehr traurig, war ja klar. Ich meine, das würde bedeuten, dass das Kind, das sie sich die ganze Zeit gewünscht hat, nie auf die Welt kommen würde. Aber irgendwie habe ich es dann doch geschafft. Die Geburt verlieb vollkommen normal und ja, hier bin ich. Die Erinnerungen an meine ersten Lebensjahre sind wie Exponentialgleichungen in Mathe. Richtig, ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Tut mir leid, Herr Mohlfender. Das Einzige, was ich noch weiß, war die Begegnung mit meinem bis dahin besten Kumpel, Pingi. Das Ganze lief so ab, dass ich und meine Eltern, als ich zwei Jahre alt war, im Supermarkt einkaufen waren. Und dort sah ich einen Stoffpinguin, der damals, beigemerkt, größer als ich war. Meine Mutter hat mir erzählt, dass ich ihn durchgängig durch den Markt geschliffen habe. Und ein Riesentheater veranstaltet habe, weil meine Eltern meinten, ich hätte schon genug Kuscheltiere daheim. Also sind wir wieder heimgefahren. Ohne Pingi. Aber voller Überraschung stand genau dieser dann an Weihnachten unter meinem Weihnachtsbaum und ist bis heute eigentlich mein Besitz, den ich gegen nichts auf der Welt eintauschen würde. Meine Eltern haben sich wirklich liebevoll um mich gekümmert, wofür ich ihnen immer noch sehr dankbar bin. Gelebt haben wir schon, seitdem es mich gibt in einem kleinen Dorf in Hessen. Was für mich der beste Ort überhaupt ist, denn hier ist es ruhig, es gibt kaum Verkehr und viel Grün in der Umgebung. Als ich etwas älter wurde, aber leider nicht besonders größer, kam mein Vater auf die großartige Idee, mit mir ins Fußballtraining zu gehen. Da aber jeder der anderen ca. eine Million Mal besser war als ich und sie mir immer den Ball weggenommen haben, bildete sich meine heute immer noch vorhandene Abneigung gegen jegliche Ballsportarten. Aber egal. Durch den Sohn einer Bekannten meiner Mutter bin ich dann darauf mit fünf Jahren ins Ring mitgekommen. Und hey, ich ringe immer noch, war also doch keine so schlechte Entscheidung. Mein damaliges Haustier war Trixi, ein Foxterrier-Mischling, welcher unglaubliche 21 Jahre alt wurde, Als sie gestorben ist, war ich natürlich verdammt traurig. Jedoch haben wir uns darauf dann einen neuen Hund geholt, den Golden Retriever Mischling Molly. Ich führte eine recht normale Kindheit und dadurch, dass meine Eltern jedes Jahr mit mir in Urlaub geflogen sind, hatte ich das Glück, mit meinen jetzt schon 19 Jahren ziemlich viele Plätze auf dieser Welt zu sehen. Ich war unter anderem in Spanien, Tunesien, Griechenland, in der Türkei, Frankreich, Österreich, Dominikanische Republik, Ägypten, Schweiz, Tschechien und noch ein paar andere Orte. Manche haben wir sogar mehrmals besucht, wie zum Beispiel sechsmal waren wir in der Türkei. Aber wie jeder weiß, gibt es neben der Freizeit auch noch die Schule. Ich war eher ein bequemer Schüler und wurde aufgrund meiner mittelmäßigen Leistung in der Grundschule dann auf die Realschule zugeteilt, was aber mein Glück war. Dort habe ich drei meiner bis jetzt besten Freunde kennengelernt. Einer davon war Lars. Wir haben echt viel Zeit miteinander verbracht. Eine Macke von uns war zum Beispiel, dass wir wirklich jede Woche ins Kino gegangen sind. Und das Interessante daran war, dass wir meist erst im Kino entschieden haben, welchen Film wir denn überhaupt schauen. Ich war eigentlich ein recht aufgewecktes Kind, bis sich das eines Tages auf dem Nachhauseweg von der Schule änderte. Ungefähr zehn Minuten von meinem Haus entfernt hat mich ein weißer Transporter herangewunken, in dem ein ausländischer Mann saß. Als ich daraufhin angefangen habe, leicht wegzulaufen, hat er angefangen, mir hinterherzufahren. Selbst an einem Wiesenstück machte er keinen Stopp und fuhr mir, bis es durch das hohe Gras nicht mehr möglich war, hinterher. Ich rannte wirklich noch nie wie damals um mein Leben. Als ich dann weinend nach Hause kam, riefen meine Eltern die Polizei. Deren Ergebnisse waren aber schon durch die wenigen Details recht ernüchternd. Trotzdem sank mein Selbstbewusstsein ab diesem Zeitpunkt gewaltig. Ich wollte nichts mehr alleine machen und habe selbst im Urlaub angefangen zu weinen, als meine Eltern sagten, sie würden nur für zehn Minuten runter an die Bar gehen und ich sollte doch im Zimmer bleiben. Eines Tages kam ich dann nach dem Training in die Umkleide und hörte, wie einige von meinen Freunden über das Video Lord of the Weed redeten. Damals kannten das so ziemlich alle, nur ich nicht. Auf die darauffolgende Frage, wo man sich das Ganze anschauen könnte, sagte er YouTube. Aber da mein Englisch damals gegen Null ging, habe ich das natürlich ungefähr so verstanden. YouTube. Als das Eingeben in die Adressbar keine Treffer ergab und ich erneut nachfragte, habe ich dann endlich Zugang zu YouTube gefunden. Natürlich wusste ich damals noch nicht, wie diese Seite später mal mein Leben verändern wird. In der Realschule besserten sich dann auch meine schulischen Leistungen, so dass ich dreimal hintereinander im darauffolgenden Jahr Klassenbester war. Durch YouTube war ich auch nie der große PC-Zocker. Ich fand es viel interessanter, Videos zu schauen und verbrachte echt viel Zeit vom Bildschirm. Damals entdeckte ich dann auch amerikanische YouTuber, die anfingen, ihre selbst gedrehten Videos ins Internet zu stellen und explizit für YouTube zu produzieren. Kurzerhand entschloss ich dann mit Lars auch eigene Videos zu drehen. Das Ganze endete dann mit einer Counter-Strike-Parodie, welche wir mit einem damals alten Sony Ericsson Handy gefilmt hatten. Keine Ahnung von Schnitt- und Soundeffekten wurde das Ganze dann auf einem unbekannten Kanal hochgeladen. Die ganze Sache hat echt angefangen Spaß zu machen und so haben wir kurzerhand entschlossen, dass wir einfach weitermachen und wollten es immer besser machen. Ich habe mir dann für 30 Euro eine PSP-Kamera gekauft, welche zu diesem Zeitpunkt wesentlich besser als das Handy war. Gelegentlich produzierten also Lars und ich weitere Videos und luden sie auf YouTube hoch. Manche davon wurden aber wegen einer Verletzung der Musikrechte gesperrt. Das Ganze hat mich echt traurig gemacht und ich verlor die Lust daran, da das damalige Video 3000 Klicks hatte und jetzt einfach nicht mehr abrufbar war. Also habe ich YouTube ab da und für einige Zeit an den Nagel gehängt. Doch schon damals war YouTube-Videos schon interessanter als das normale Fernsehprogramm. Also habe ich mir das Ganze auch nicht nehmen lassen. Mein Ziel war es damals, was meine Eltern zur Weißglut gebracht hat, ein steinreicher Millionär zu werden. Ich habe damals viel Soulja Boy gehört und auch seinen YouTube-Kanal verfolgt, was ich bis heute immer noch tue. Dort postete er immer Bilder und Videos mit Lamborghinis, wo er Geld rumwarf und ein sonniges Leben hatte. Also war mein Plan, bis ich 21 Jahre alt bin, stinkreich zu sein. Nun ja, ich arbeite noch dran. Nach der Realschule verkleinerte sich dieser Wunsch und ich wollte wieder anfangen, Videos zu drehen. Also eröffnete ich damals am 25.04.2010 meinen heutigen Kanal, der Chris-Tetrow. Und seltsamerweise hatte ich schon nach kurzer Zeit einige Zuschauer- und Klicks auf meinem Kanal zusammen. Zu sehen, dass es da draußen echt Leute gibt, denen meine Videos gefallen, hat mir das Gefühl von Freude gegeben, was mich dazu brachte, mit dem Videodrehen weiterzumachen. Nach den damaligen Sommerferien und einem echt tollen Urlaub bin ich dann aufs Gymnasium gewechselt. Und dort habe ich auch echt viele gute Freunde getroffen, die mir auch teilweise beim Videodrehen geholfen haben. An dieser Stelle danke an Markus, Sebastian, Thomas, Janik und Marvin. Mein damals größter Traum war es, YouTube-Partner zu werden, welcher sich dann auch am 5. Januar 2012, also ca. ein Dreivierteljahr später, erfüllt hatte. Und ich habe mich echt gefreut wie ein Wahnsinniger. Das war so ein geiles Gefühl, als die Bestätigungs-E-Mail gekommen ist. In dieser Zeit habe ich dann auch meine Brille bekommen, was unverständlicherweise das Schlimmste auf Erden für mich war. Dies hielt aber nur so lange an, bis meine Mutter an einer Krankheit erkrankte, welche dazu führte, dass sie bis jetzt immer noch relativ oft zu verschiedenen Ärzten muss. Das hat mir aber gezeigt, dass es im Leben viel wichtigere Dinge gibt, als keine Brille zu haben oder Geld, sondern Gesundheit und gute Freunde. Im Dezember 2011 habe ich dann auf dem Geburtstag eines guten Freundes ein Mädchen kennengelernt. Naja, was heißt kennengelernt? In Wirklichkeit haben wir kein Wort miteinander gesprochen. Aber komischerweise fand sie mich dann drei Monate später auf Facebook, hat mir eine Freundschaftsanfrage geschickt und ja, wir haben angefangen zu chatten. Das Ende vom Lied war, dass wir uns dann verabredeten und am 18. März 2012 zusammengekommen sind. YouTube habe ich natürlich weitergemacht und ich bin echt froh darum. Ich durfte durch YouTube in viele großartige Städte reisen, wie zum Beispiel Stuttgart, München, Köln und so weiter, was ich unglaublich toll finde, denn ich liebe Reisen. Durch das ständige Öffentlichstellen meiner Person und das Reden vor der Kamera bin ich auch in vielen weiteren Dingen sicherer geworden. Außerdem hat es mir geholfen, mein Selbstvertrauen zu stärken, was ich ja leider in meiner Kindheit verloren hatte. Am 10. April 2013 haben dann meine Abi-Prüfungen angefangen, was mich dazu brachte, echt tagelang am Tisch zu sitzen und zu lernen. Echt, ich habe wirklich noch nie so viel für was gelernt. Das war die Hölle. Jetzt, wo alles rum ist, habe ich auch endlich von dort weniger Stress und kann mich auf das konzentrieren, was ich liebe und was ich weiterhin tun möchte. Ich danke echt von ganzem Herzen meinen bis jetzt schon 50.000 Abonnenten. Es ist jedes Mal echt ein wahnsinniges Gefühl zu wissen, dass es so viele da draußen gibt, die mich, Christian, abonniert haben. Aber das absolut größte Glück, was ich erfahren durfte, sind die vielen Freundschaften, die ich durch YouTube geschlossen habe. Ich habe so viele tolle und großartige Menschen kennengelernt und kann mir ein Leben ohne diese gar nicht mehr vorstellen. Und auch wenn jetzt nicht alle auf diesem Bild drauf sind, liegt es nur daran, dass mein Whiteboard zu klein ist. Am Ende möchte ich euch noch sagen, dass allein ihr entscheiden solltet, was ihr tut. Wenn ihr etwas liebt oder gerne macht, dann macht das auch und lasst euch nicht von anderen beeinflussen. Denn ihr selbst entscheidet, wie euer Leben abläuft. Und dann würde ich sagen, sieht man sich im nächsten Video. Ciao! So, das war jetzt mein Draw My Life Video und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt es mir ja mit einem Daumen nach oben zeigen, würde mich echt freuen. Und jetzt würde mich natürlich interessieren, was ihr so zu erzählen habt, damit ich euch besser kennenlernen kann. Schreibt mal in die Kommentare, wie alt ihr seid, wo ihr herkommt, was eure Wünsche sind, alles rein damit. Dann möchte ich noch sagen, dass das ganze Teil einer Kooperation war, bei der ich eine Menge YouTuber mitgemacht habe. Unter anderem haben gestern Apecrime und Ytiti ihre Videos hochgeladen. Die findet ihr hier. Und im Laufe des Tages wird Embra Wellett, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, und MermaidXBarbie02 ihre Videos hochladen zum Thema Draw My Life. Die Videos findet ihr hier, sobald sie online sind, werden sie auch verlinkt. Und ja, dann würde ich sagen, alle weiteren Informationen zu mir gibt es auf meiner Facebook-Fanpage, auf meiner Twitter-Fanpage oder auf meiner Webseite christes.de. Alle Links haben wir in der Beschreibung. Und dann sieht man sich im nächsten Video.